Ja, herzlich willkommen zu einer Folge von FischCopTV, wollte ich gerade sagen, aber es ist noch laufen, gucken, schießen, Chris. Warum sagst du denn nix? Ja, hier ist euer FischCop. Und wir spielen? Abdrängen. Abdrängen 2000 XP. Der hat mich voll abgedrängt. Awww. Ja, Hardline immer noch, Beta, spielbar, finden wir gut. Spielen wir, machen Autos kaputt, das ist der Plan. Auf meiner Nicht-Lieblings-Map, also Gegenteil. Aber na gut. Wo ist der Brosator? Oh nein, ist der rausgeschossen? Ich bin hinter A her. Ich komm zu dir, ich komm zu dir. Läub! Wir sind gerade zwei Autos ineinander gefahren und da mal fahrregt. Nein, komm schon, ich will die reparieren. Ja, ich komm in deine Richtung. Oh, die wird beschossen, glaube ich. Oh, oh, fuck, Entschuldigung, das war ich. Hey, hey, wo wollt ihr? Ja, wofür hab ich denn jetzt die Karre... Oh, und ich bin plattgefahren worden. Ich auch. Wofür hab ich denn jetzt die Karre repariert? Naja, für die Gruppe, das war ja alles... Das stimmt. Trotzdem gut für uns eigentlich. Ja, was spawnen wir denn? Lass uns mal despawnen und dann von hinten quasi aussteigen und dann zu C rennen. Okay. Bulle, 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 Bulle. Jetzt, hab ihn. Hinter uns. Hinter uns. Hinter uns. Der hat schon tot. Ja, ja. Okay. Das war sogar mein Kill. 3-1, Digga. Ja. Ja, geh doch. Der guckst du, ne? Obwohl ich aufnehme. Unglaublich. Es ist unglaublich. Warte auf, Nils. Ich reparier den Wagen, steck dich schon mal ein. Ja, ich reparier ihn mit. Ne, ich steck schon mal ein. Alter. Oh, oh, oh. Alter. Alter. Ich bin tot gefahren worden. Hopp. Kommst du mit? Nein, ich bin tot. Ach, du bist tot? Also sag das doch. Oh mein Gott. Naja, die Worte, ich bin tot gefahren worden, hau ab. Ich hab's nicht gehört. Ich hab nur verstanden. Das hab ich verstanden. Ich bin jetzt schon wieder in der Scheißgasse. Rede ich denn Französisch? Manchmal. Ich bin dann immer sehr überrascht. Aber du wählst Französisch, ja. Aber. Fahrzeug ist tot. Aha, da ist jemand tot. Ja. Schutzweste. So, und weiter geht's. So, jetzt machen wir auch noch ein paar Punkte. Kann nur spawnen. Was ist das denn? Spawn. Ich muss spawnen. Diese Huren-Sau hier. Jetzt ist bei mir Platz, aber jetzt bist du wahrscheinlich schon das Garten, ne? Oh, 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 oh. So, da kommt B, da kommt B, da kommt B. Oh, und da ist BK Peister. Oh, da ist E, da ist E, da ist E. Ich bin gefördert worden. Aussteigen, ah, ich bin tot. Ich, ich fahr jetzt eh, aber hier sitzen noch zwei tote Polizist. Hier sitzt rechts neben mir sitzt ein toter Polizist auf dem Beifahrersitz. Wie geil ist das denn? Ich spawn bei dir gleich. Kann der mal, kann der mal abhauen? Oh shit, da ist A. Ich bin jetzt bei dir gespawnt. Hinter, ja, links hinter uns. Ja, ich kann da noch nicht hinzielen, weil ich rechts sitze. Oh, shit. Oh fuck, ich muss nachladen. Ich lad nach, ich lad nach. Okay, ich bin fast tot. Oh, D kommt jetzt auch noch von vorne. Bam. Immerhin habe ich getroffen. Sollen wir die Karre mal irgendwo reparieren? Wie? Oh. Start jetzt mit dem Heli, dann gehen wir zu B. oder E. Ach, der Heli ist leer. Cool. Ähm. Jetzt bin ich einfach irgendwo gespawnt. Ich dachte, hä? Okay. Ja, ich werde besniperrt. Ich bin nicht tot, werden wir zu E. Shit, ich bin tot, lalala. Kennst du den Song? Nee. Ich bin tot, lalala, ich bin tot, lalala, ich bin tot, lalala, lala. Aber ich lebe. Und zwar bin ich jetzt sozusagen bereit, E zu besteigen. Ja, ja, ja. Geh rein, ich spawn bei dir. Geh rein, geh rein. Jawohl. Okay. Sitze draußen, hab den Granatwerfer in der Hand. Und wir werden beschossen. Nee, unser Fahrzeug ist... Oh. Lol, was? Ist es schon im Auge? Mal ohne Witz, das war eine, eine Granate, ja. Und ich habe gerade noch nach unten rechts geguckt. Hey, stopp, 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 stopp. Ach du... Hä? Tot. What the fuck? Die Granate hat... Ach so, hat die nicht den Wagen zerstört? Nee. Ah, okay, dann hat der mich rausgeschossen. Ich wollte mich nämlich schon aufregen. Ich habe in der Sekunde, wo der geschossen hat, nach unten rechts geguckt. Da war die Karre nämlich noch komplett ganz. Komisch. Alter. Okay, wir müssen... Mein Plan ist, zu B zu gehen. Gewesen. Aber das sind böse. Aber von hinten, von hinten, von hinten. Habe einen? Nein, von hinten. Okay. Oh, da war leider die Granate. Weiß ich nicht. Haha. Ich habe sie alle geholt. Oh, guck mal der hier. Der ist noch nicht so ganz entschlossen. Soll ich jetzt sterben? Ja, warte, ich muss noch spawnen. Oder was? Ich kann ihn auch nicht schauen. Dann habe ich die Granate platt gemacht. Äh, äh. Äh, hier B, Alter. Ja, geil. Obwohl B ist ganz schön im Arsch, ne? Ja, repariere ich. Wieso habe ich mein Reparaturding nicht dabei? Ich habe es extra ausgewählt. Ich habe es extra gekauft. Ist keiner drin. Okay. Ja, da habe ich demnusen. Okay, jetzt voll. Da hast du dich doch nicht reingesetzt. Nee. Da ist keiner reingehüpft. Gerade, komischerweise. Nein, ich habe den getroffen. Ich habe den getroffen um die Ecke. Ja. Oh, schön. So, Digga, steig ein, steig ein, steig ein, steig ein. Ja, mach ich. Bin drin. Okay. C. C. Oh, fuck. Aussteigen, aussteigen, aussteigen. Echt jetzt? Ja. Sowas von. Ähm. Krass, bist du noch weggekommen? Ich bin noch rausgekommen, aber bin dann sehr schnell verreckt. Weil der LKW, selbst wenn du rauskommst, weißt du, die, die, die Druckwelle, die fetzt dich einfach ein Stückchen. Ja. Warte mal, ich werde jetzt in dem Auto hier spawnen, ganz schnell aussteigen und dann nach D laufen. Ja, D. Ich bin im Heli, steig aus und... Oh, shit. Aber D hat sich gerade einer gekrallt. Oh nein. Dann B. Aber ich gehe mal da unten. Ich bin jetzt sehr in der Nähe von B. Oh mein Gott, ich muss noch irgendwie hier runterkommen. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Aua. Also an dem Modus gefällt mir ja echt sehr gut, wie oft hier irgendwelche Sachen explodieren. Das findest du geil, oder? Das find ich geil, ja. Das findest du mal richtig geil. Das find ich geil, ja. So, da kommt schon wieder E. Wie ist denn dein Status gerade? Status ist, ich schieße auf E. Okay, mein Status ist... Ich bin hier schon wieder getroffen. Ich bin der Granatenmeister, so eine Granate habe ich noch. Du kannst mit Granaten keine Menschen töten, ne? Das ist einfach nicht möglich. Ne. Das ist wahrscheinlich auch so ein bisschen gemacht worden, damit du dich die ganze Zeit nur rumtubst. Oh shit. Oh, ich hab grad drei Leute überfahren. Wie er sich freut. Ich find das schön. Oh, jetzt bin ich toll. Ich find das schön. Okay. Okay, ich sitze hier in irgendeinem Auto und wir fahren im EKW hinterher. Ich hab grad drei Leute überfahren, ja. Ja, stimmt. Sag mal, Schatz, was macht der da? Oh nein, daneben. Na, doch getroffen. Oh, lol. What the fuck? Ah, shit. Wie er sich gerettet hat in den fucking Bus rein. Ah. Ähm, wo bist du? Auf einem Motorrad. Ich repariere gerade das Motorrad. Der Fahrer ist abgesprungen, aber ich repariere noch. Warte, ja. Und jetzt hab ich einen neuen Fahrer. Wie krass ist das denn? Das war ich. Ich hab's gesehen, aber der ist ausgestiegen. Ich bin durch die Luft geflogen, hab weiter repariert. Und dann bist du besorgen. Weiter gefahren. Better beat moments. Wo bist du denn da? Wie? Wie? Ich hab da drüber geflogen. Das kann doch nicht sein. Och Mann, Mama. Ich möchte nicht. Das ist doch scheiße. Äh. Das sind die schönen Momente im Leben. Bist du im Leben? Nee, bist tot. Fuck verdammt, wir kriegen halt richtig hart aus dem Auge gerade, weil wir keine Punkte haben. Alter, ich bin gerade so ausgestiegen. Und wenn jetzt, wenn du bei mir spawnen würdest, bist du schon gespawnt, ne? Bist du bei B, aber ich bin bei D. Alter. Was? Nicht so ganz. Einen von den Motorradfahrern habe ich gedacht. Oh shit, oh shit. Oh, noch einen. Nein. Ich liebe das halt irgendwie, Leute aus fahrenden Sachen rauszuschießen oder so. Ja, gerade bei Motorrädern machen wir das unglaublich viel Laune. Das habe ich auch bei GTA dann immer gehabt, weißt du. Ähm, ähm. Am besten mit einem LKW ein Motorrad durch die Gegend schießen. Hihi. Oh, das ist nicht dein Ernst. Ich habe dich doch gerade überfahren, du Nacken. Wie kannst du denn da noch mit deinem Scheiß Raketenwehr verschießen und nicht sterben, obwohl der LKW, den du angeschossen hast, gerade genau auf deinem Gesicht fährt? Oh shit. Oh. Oh, genau da bin ich gerade gespawnt. Ja, fangen wir ab. Kommst du rein? Die Leute hier noch natzen. Warte, ich habe hier zwei Leute noch genatzt und warte auf mich und los geht's. Oh, das war geil. 17,9, Alter. 17,9. Oh Gott. Der Kran. Der Kran. Oh mein Gott. Oh, über uns. Gib Kobi. Gib Kobi. Alter, das war knapp. Hast du gerade gehupt? Ja. Hast du mich gerade fett genannt mit einer Hupe? Äh, was? Fett hat doch nur eine Söbel. Ich habe doch zweimal gehupt. Du bist fett. Na, Arschloch. So, äh, mh. Huanson. Juan. Ja, Huanson. Juan. Huanson. Eigentlich hätte ich die Karre da nehmen wollen. Wir werden, glaube ich, die ganze Zeit verfolgt. Kann das irgendwie sein? Nee, wenn, dann jüngst. Aber das war auch... Oh, das war aber knapp. Alter. Da hat er ein bisschen zu spät. Seid es sich viel gezogen ist. Ja, ja, ich bin dabei. Ja, ja, ja. Ist das eine Sackgasse? Nee, ja. Raus. So, hab ihn. Nein. Komm, komm. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Bist du tot? Ja, der hat mich überfahren. Wieso bin ich jetzt tot? Da kommen Leute angelaufen. Oh, das ist jetzt ein bisschen... Oh, das ist ein Spätgelegen. Ich wollte raus. Naja, na gut. Kann ich immer klappen. Oh, 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 oh. Wir sind, wir sind, wir sind, wir sind nicht die Bullen. Ähm, Chris? Oh. Nene, nene, nene. 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 Wir haben verloren. Haben wir denn bei dir nochmal gewonnen? Wir haben bei dir gewonnen, ne? Äh, ja. Also haben wir jetzt die Rückrunde verloren. Das heißt, jetzt wäre geil, wenn der Server auf Dust Bowl wechseln würde. Stauwüste, yes. 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 Und guck mal, wir beide sind die Ersten. Ja, so gehört sich das. Alter. Wenn man zusammenspielt. Krieg die Tür nicht zu. Also ich kann das ein bisschen besser als Battlefield. So. Ich hätte ja gerne, dass der, der Sniper was hat, womit es Boom macht, weißt du? Aber gut. Nehmen wir Mechanik. Braucht man das wirklich? Ach, meine, ja. Schaden, Schaden, Präzision. Eigentlich der M23 irgendwelche Kontrolle. Ich bleib bei der MP5K. Hast du schon ein Fahrzeug selektiert? Ich nehm den Hubschrauber. Selektiert. Okay, ich steig mal da ein. Verrückt zu, ne? Wo fliegen wir hin? Zu A natürlich, ne? Crazy, wie ich bin. Ähm, ja bitte. Okay. Ne, warte mal. A ist der scheiß LKW. Ich bin der scheiß LKW. Ich liebe den. Okay, dann gehen wir zu E. Okay. Ab, lol. Ich fliege ja gar nicht. Ich bin der Flieger. What the fuck? Wie kannst du den Namen mit da reinkommen? Der fliege doch nicht. Wo wollen wir denn jetzt hin? Wenn du fliege, wohin du willst. Ist ja geil. Wieso fliege ich eigentlich so komisch seitlich? Ah, jetzt weiß ich warum. Ähm, ich fliege zu A. Du wolltest doch A haben. Oh, ja. So, willst du absteigen? Äh, ja tu ich. In 3, 2, 1, jetzt. Werde genau auf dem LKW landen. Ich weiß nicht, wo der andere Heli ist. Ach, da. Plup. Oh, ich fahr doch mal rundschuhe. Was da ist. Ich werde beschossen. Was da ist. Ich hasse das. Ich weiß nicht, wo der andere Heli ist. Da. Ah, ist kaputt. Sehr gut. Ich benötige Reparaturen. Ich fliege ein bisschen. Ich benötige auch Reparaturen. Also, wenn du irgendwie Bock hast. Wenn du tot sein solltest irgendwann. Ich bin gerade mit dem 40 Tonner über eine Rampe gesprungen. Das war nicht so cool. Wo bist du denn? Du bist im Hubschrauber. Ich kann dich reparieren. Ich bin. Ja, das ist ja gut. Jetzt brauche ich. Warte. Dann setze ich mich mal hier hin und repariere mal ein Rundchen. Danke. Oh, 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 oh. Okay, cool. Langsam kriege ich hier eine Warte aus. Mir ist gerade warm. Ich muss gerade ein bisschen aufhören. So, jetzt kann ich weitermachen. Wo fliegst du hin? Hier D vielleicht. Ey, hier A. Schwenk mal ein bisschen nach links. Links? Links. So? Ja. Du fliegst ein bisschen nach vorne. Da hat es Bumm gemacht. Geil. 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 So, hier D oder was? Ja, dann musst du entweder nach rechts für den Kollegen schwenken oder nach links für mich. Nee, links ist doch einer. Achso, okay. Ja, der wird, der, der, oh, das war sehr, sehr erfolgreich. Geil. Jetzt darfst du mal. Da laufen Leute. Oh, Leute sind aber schwierig, ey. Na, na, ja. Ich treffe sie nicht. Ich habe dem gerade einen Headshot gegeben. Mit einem verkackten Heli. Was ist das hier? 50er Kaliber. Hier, E, siehst du? Ich schieße auf E. Ja, ja, ich schieße auf E. Ist schon, ist schon Kapalister. Geil. Aber jetzt B hier vor uns. Hast du? Ja, ja, ich schieße drauf. Und, und, und. Ich glaube, ich habe die Leute da ausgeschossen. Der ist nur ausgeschaltet. Der andere muss den weg machen. Ey, der andere Heli. Wir haben, wir, der andere Heli schießt auf uns. Wo, 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 wo? Der ist hinter uns. Ja, genau die Seite. So ist gut. Sag mir Bescheid. Oh, wir, wir kriegen hier einen Arsch. Wir müssen reparieren. Wir müssen reparieren. Raus. 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 Alter, aber das war eine coole Helifahrt. Alter, wer hat mich jetzt... Heißt, ich werde noch nicht aussteigen müssen. Echt nicht? Aber es gab Feuer. Du hättest halt reparieren müssen, ne? Ja, aber ich, ich war in einem Slot, wo ich geschossen habe. Ich musste erst so schnell den Slot wechseln. Ich wusste nicht, ob das, ob das von der Zeit reicht. Ja, ich verstehe das. Ich verstehe das. Oh, fuck, nein. Oh. Also momentan noch nicht im Heli-Spawn. Ich weiß noch nicht, wie sicher das ist. Ja, jetzt sieht es sicher aus. Okay. Ähm, du fliegst ihn? Ne, ne, ne. Ich repariere ihn gerade. Ich sitze drin, bin links. Ach, der Gegner ist schon kaputt. Sehr gut. Okay. Ach, der ist noch gar nicht kaputt. Der ist nur, der ist nur nicht bemannt, oder was? So. Ach, nö, jetzt ist einer. Oh, gut. Doch, wir kriegen den jetzt, wir kriegen den jetzt. Komm, 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 komm. Yes, 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 yes. Und da haben wir noch B. Yes. Cool. Und mehr Granaten. Ich habe noch nie den letzten Vorteil gekriegt. Gibt es drei? Ja, vier. Vier? Wusste ich gar nicht. Oh, ich muss wieder reparieren. Der fliegt aber auch ganz gut, ne? Ja. Der hat auch eben ziemlich viele Punkte und 32,6 oder irgendwie sowas. Oh, nice. Also, das ist so ein bisschen Battlefield wahrscheinlich. Wow. Aber mit so einem Heli, der halt die ganze Zeit repariert wird und relativ gut schießen kann, kannst du echt... Lol, der hat dich nicht im Ernst... Was war das denn? Der hat dich rausgesnipert. Ja. Ja. Hart rausgesnipert. Aber er muss mehrmals treffen. Bist du noch im Heli, ja? Ja, ja. Aber ich weiß nicht, ob wir nicht... Also mal... Ja, wir sollten mal, ne? Die sitzen... Die sitzen da alle mit... Ich bin ausgestiegen. Was haben wir so aus, als in der... Ja, genau. Ach, du fliegst denn jetzt? Ja, unser Pilot ist ausgestiegen. Irgendwann hast du ihn übernommen. Finde ich geil. Schön Action-Filmmäßig. Haben wir hier einen Hubschrauber-Piloten an Bord? Alter! Das war richtig nice getroffen. Leider, ähm... Ja, nicht kaputt gegangen. Schade. Aber wir haben schön Punkte gemacht, Digga. Ja, wir haben gerade auch schon wieder so ein scheiß Fahrzeug weggemacht. Äh, ich geh mal in die Hebel rein. Geil, jetzt schießen beide... Jetzt schießen beide auf jeweils ein Fahrzeug. Ich steige aus. Und mach den dick da. Okay. Und jetzt hole ich mir mal ein Auto. Damit wir noch mehr Punkte kriegen. Jetzt schießt doch endlich den LKW da kaputt. Okay, dann nicht. Okay, Digga. Wenn irgendwas ist, ich kann gerade nicht. Oh, shit. Oh, wer schießt auf mich? Oh, Sadua, wo bist du? Ich fliege immer noch den Heli. Oh, okay. Das macht eigentlich ganz... Viel Spaß. Jetzt bin ich kaputt. Finde ich auch. Soll ich häufiger machen. Oh, Stromleitungen. Die können uns nichts anhaben, oder? Oh, Strommast. Oh, ich... Soll ich bei dir spawnen? Ah, zu spät. Ich bin bei dir gespawnt. Ich repariere dich. Glaube ich, oder? Ja. Du wirst wieder voll repariert. Geil. Oh, shit. Alter, ich habe gerade volle Möhre-Damage gekriegt. Das ist der andere Heli. Ich bin gestorben. Das ist der andere Heli. Ah, ja, okay. Den habe ich nicht gesehen. Fuck. Ich spawne mal am Boden. Beziehungsweise, ich spawne da bei dem Typen, der bei dir ist. Alter, der hat den anderen Heli abgeschossen. Leck mich am Arsch. Das ist ein geiles Tier hier. Der Heli-Mann? Der Zapador. Und jetzt repariert er. Geil. Ciao, ich bin... Wähl dich mal ein bisschen nach unten. Ich bin in einem Van. Und bei dir so? Wow! Ich werde jetzt aus dem Heli aussteigen. Mach das. Kann es zu mir kommen. Das Fliegen ist zwar ganz witzig, aber... Auf Dauer ist mir das dann irgendwie doch zu blöd. Ja. Ich fahre schön wieder außenrum. Das ist die Außenrum-Taktik, ne? Nicht die Untenrum-Taktik. Damit darf man das nicht verwechseln. Weißt du, das ist schon wieder... Ja, ja. Oh, hinter uns ist ein Auge. Jetzt sehe ich das ja erst. Oh! Oh, oh! Fahr mal ein anderer. Jetzt wird Auto gefahren. Ja, Mann! Bei uns läuft es auch gerade richtig gut. Oh! So, ich bin in... Was bin ich denn? E. Ich bin in... B! Ich bin in E. Du bist in B? Oh, da kommt A. Oh, 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 oh. Nee, den rame ich von der Seite weg. Das ist ja total nett. Oh, das ist ein LKW! Dann rame ich den nicht. Ich muss aussteigen. Ich muss aussteigen. What the... What? Ich wollte dich wegpusten, hab mich... ...weggepustet. Aber Hilfe zählt als Kind. Oh, Mann, ey. Puste nicht so viel. Lange Folge heute, aber so muss das manchmal sein, ne? Das macht ja Spaß. Okay, ähm, 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 ich geh zu... Ich geh zu... Ich muss übrigens mal darauf achten, ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, aber es gibt in Battlefield 4 auf jeden Fall, in Hardline jetzt ja auch, gibt es, ähm, spezielle Nachlade-Animationen. Spezielle Nachlade-Animationen? Also so einmal alle, ich glaub, 100.000 Mal nachladen oder so, macht ja so spezielle Sachen dann mit der Hand. Verlässt ihr dann, weiß nicht, lässt ihr zum Beispiel so die Diegel verschwinden. Wie bei so einem Zaubertrick und... Ach. Ja. Was redest du denn da? Ja, musst du dir das ausgedacht? Ne. Ganz witzig. Das Problem ist, ich glaube, während der Aufnahme würde ich nicht mitbekommen, dass das gerade passiert. Ja, richtig. Ähm, wie ist dein Status? Ich lauf jetzt hier auf der Straße rum, auf, äh, Richtung Dora. Okay, weil ich fahr grad mit dem Van durch die Gegend. Aber dann fahr ich jetzt nochmal ein bisschen außen rum hier. Das ist nämlich die Taktik, Leute. Hier schön außen rumfahren. Ich glaub, wir ne Putter haben willst, auf jeden Fall. Höhn hier außen rumfahren. Der hat mir die weggenommen. Die Hure. 75.000 habe ich. 75.000! Ich glaube, ich werde gleich nochmal ein bisschen sniperen mit diesen Waffeln, von der du gesprochen hast, die so teuer ist. Echt? Ja, warum nicht? Ja, klar. Wieso nicht? Geil, da ist ein Typ gerade von der Brücke gesprungen und ist dann in mein Auto gestiegen. Ich muss mehr am Rand fahren. Woo! Oh, 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 shit. Oh, shit. Oh, shit. Steig aus. Gerade zwei Typen verfolgt. Beide angeschossen, dann hab ich die wieder verloren. Ach, scheiße. Und ich hab gerade hart Scheiße gebaut. Ich bin da in die Steine reingefahren und dann konnten wir nicht weiter. Die Leute haben wahrscheinlich ziemlich rumgeschrieben, die mit mir im Auto saßen. Aber sonst leben wir euch mal, Leute. Ne, 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 ne. Ähm, wollen wir uns auch holen? Äh, ja. Da sind wir hier. Achso. Warst du jetzt zu faul für die 5 Meter oder was? Ja. Geil. Weißt du, jetzt hat sich nicht. So, du fährst? Äh, ja, von mir aus. Däh, däh, wir werden schon beschossen. Seh ich nicht. Wo denn? Oder? Nee. Oh, oh. Mag das nicht, wenn Sachen auf der Straße stehen. Ey. Nee. Oh, da links kommt jetzt B. Ich hab ihn... Hab ich ihn genutzt? Da... Oh, ne, 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 ne. Kaputt. Ähm, 79. Der Hurensohn. Oh, yeah. Ich hab doch gar nicht die MP5 ausgewählt. So, Digga, Heli, aussteigen, A. Ja. Okay, wir müssen weit weg von, oh. Aber nicht mehr lange. I don't believe in Chris. Wenn er nicht mal kommt. Ich bin doch bei dir. Ach, yes. Ah, ah, shit. Feind hinter der Mauer. Ja, hab ich gesehen. Ich geh durchs Haus. Ich geh durchs Haus. Ah, nein, ich bin tot. Ich bin tot. Ne, 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 ne. Keine Angst. Ne, ne, keine Angst. Ich bin mit dir draufgegangen. Aber jetzt hat aber eh einer weggenommen. Hoffentlich fährt er natürlich genau in die Richtung, in die wir gerade nicht laufen. Leil, ich werd gemessert. Hilfe! Wo bist du? Ich konnte dir leider nicht helfen. Das tut mir wahnsinnig leid, aber so ist das Leben. Ups. Da komm, ich will jetzt auch mal hier meinen Spaß haben mit dem hier. Ja, die Waffe geht leider nicht auf die Entfernung. Okay. Auf dem Weg zu E. Das gerade weg ist. Was ist dein Plan im Moment? Was ein mieser Wichser. Bleib mal da. Also überlebt mal kurz, bitte. Überlebt mal kurz, bitte. Hier sitzt nämlich um die Ecke so ein fieser Fotzkopf. Der einfach nur zu viel dahin wirft und an der Mauer schlägt. Dieser Fotzkopf, du. Der ist nicht mehr. Wo ist der denn jetzt hin? Wo bist du hin? Ach da. Willst du mitfahren oder ne? Was? Ja, klar. Warte. Hinter dir! Hinter dir! Aaaaaah! Aaaaaah! Fuck! Da freut er sich, ne? Da freut er sich. Oh ja. Okay, aber ich glaube, das Ding hat man in der Tasche, würde ich jetzt mal behaupten. Was? Na doch. What the shit. Na, na, na. Alter! Ich hab nicht drauf geachtet. Und da ist der Sieg. Euiuiui. Leute, wat ne lange Folge, halbe Stunde. Vielen Dank fürs Zuschauen. Vielen Dank fürs Mitspielen. Wir sehen uns dann in einer der nächsten Folgen. Wenn es euch gefallen hat, lasst doch gerne einen Daumen nach oben da. Bis dann und... Tschüss! Tschüss! Tschüss!